Wo sind die Menschenrechte? Wo steht ihr für Menschenrechte? Mit euren Steuern wird ein Genumspiel finanziert. Jede fünfte Kind trifft in Armut in Deutschland. Mit unseren Steuergerlern wird ein Genumspiel finanziert. Wo sind die Menschenrechte? Wo ist Gleichheit? Wo ist Freiheit? Jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit, auf Gleichheit, auf Menschenwürde. Wir sind alle gleich. In Gaza sterben unschuldig Menschen, die verbluten, die verhungern. In Israel verhobert kein Mensch. Mit ihren Steuergeldern wird ein Genozid finanziert. Dafür den Krieg, das unschuldige Kinder sterben, das Menschen verhungern. Frauen ohne Kaiserschnitt, ohne, damit dort große einen Kaiserschnitt bekommen. Die Menschen sterben. Man hat das Gefühl, das Blut wäre billig. Jeder Mensch hat ein Recht auf Menschenwürde und auf Menschenrechte und auf Gleichheit und Freiheit. Und, obwohl die respeitiziert. Weil Flamerен 앞에 erzielt. Die Menschen sterben ... Und, wenn man unterannya Word, und Deutschland bezahlt, das macht die Städte einen Saarländer. Und ... ...